Hat noch nie eine 07er gedatet. Warte mal, die ist 14. Let me show you what you're missing. Haftstrafe. Oh Mann, der ist stark, der ist stark. Bro, Uffalder. Let me show you what you're missing. Haftstrafe. Die einfach die Knoblauchknolle in ein Glas, verschließt und schüttelt. Und dann ist er geschert. Was? Was? No way, das muss ich niemals. Fake. Bro, er ist gerade mit Laptop vom Bodensee. Wäre eh zu scuffed, schreibt er. Okay, gut. Junge, ich merke, wir wären jetzt mit Bodensee Laptop Johnson gecued. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf gehabt. Sup, guys? Hey, guys, where are you guys from? Oh Gott, ich wünsche, ich wäre mit Bodensee Laptop Andy gecued. Let's do it.